20 Jahre Uldremer Landmaschinen Veteranenklubs Zergürken Landmaschinen V dzieci Ja, das ist doch! Das ist doch! Ich bin gleich klar, wo die anderen nun mal weiter! Ja, nein, nein! Das ist ein kleines Rest. Wir haben früher auch nicht viel gemacht. Wir haben früher auch nicht viel gemacht. Und wenn du einmal hättest du den beiden sein, dann haben wir viel rein. André, schauen wir mal vorne. Der muss, wo die Feierklappen sind. Weil die offen ist. Die Oschen, unten, unten, bei den Oschenkosten. Passt schon, mehr brauchen wir nicht. Ja, jetzt liefst du es nicht. Wenn man die Fieselweine zu bekämpft, dann braucht man es nicht. Ja, jetzt liefst du es nicht. ssen wir auf Freeze noch zusammen. ? Ja, jetzt shall ich dein Eck . Los geht's. Lass, ambeiten,趣 nicht mehr. Die ruimte mist oppressed, wenn du dann auch weg bistその Unternehmens Zeit, sie dort überhaupt nicht illustr listingen님 Und die nehmen wir dann her, wenn sie es dann rauslaufen, da werden sie zwar wandelt, aber das ist fast. Ah, da gehst du nachher und sagst, du hast alles. Und nachher gehst du vorbei, dann tötest du so einen Zähl, da hinten, da noch ein Anmelden. Und da schreibst du dann deine Daten und das hängst du dann rein, weil ich für dich habe ich das nicht. Was ist da noch? Schreibst du? Dabei hast du alles. Nein, weil das bei dir nicht dran hat, du fährst dir so weit zurück, da gehst du rein, da gehst du alles. Wenn du aber nicht an, da hinten, wo die Wiesen drin ist, da waren die und die, und dann gehst du wieder und dann holst du sowas ab mit der Hand zu rausstehen. Du da? Da vorne. Weil das bei dir fährst du vorbei und ja, passt. Passt. Danke schön. 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 Grüß dich gut, Dankeschön für das Schreimer, dass du dabei kommst und auch... Dankeschön für das Schreimer, bitte. Grüß dich in die Ruhe, oder? Die Ruhe liegt dran. Grüß dich nicht dran. Grüß ganz schön! Grüß nicht! Grüß nicht, aber alles klar! Ausziehe auf die Drähte, Hallo Hengen, du scheinst raus, die kommt jetzt in Kanto. Du scheinst nicht so gut. Wir hoffen eigentlich, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen, wir hoffen. Ja, das ist gerade eine Waldarbeiter. Nein, ich denke, das sei der Typ. Das ist die Ender zu. Das ist was, was dran ist. Hat er gesagt, sind wir da oben stehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe eine Anmeldung. Ich habe eine Anmeldung. Weiterfahren. Aber die Anmeldung muss es geben. Tschüss. Tschüss. Wir haben mal. Ja, das ist. Die Bruchsee! Das ist der nächste Weg. Das ist der nächste Weg. Ah! Alle. Vorhin arbeiten wir und dort laufen, dann kann ich ein. Ooooooh! Können wir überholen. Oh yeah, oh ja, oh, oh yeah Das ist der Mülle Oh, 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 oh Oh, 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 oh Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist gut, Peter. Dann brauchen wir einen langsamer Gang. Da ist ein grobes Stor drin. Ja, dann schreibst du da drin. Da? Ja. Wie ist es? Ja. Ja, genau. Nein, das wird schon gerecht. Das wird schon eben. Wo brauchen wir noch? Wo brauchen wir noch? So. Ja. Das ist genau. Wo ist es wie ein Fahrzeug? Ja. Kein Führerweg. Das ist ein Bisch. Ja. Da haben wir keinen Wagen in den Wagen. Ja. Da steht nicht nur. Da steht nicht nur. Wie ist es? Ja. Ja, dann geht es. Wie ist es wieder zu sehen? Ja. Ja, genau. Na, wir sind jetzt auch hier. Hallo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.